Ich hätte nicht gedacht, dass es so heiß wird, so brenzlig könnte man sagen. Die schwarzen Flecken sind jetzt nicht mehr Kohle, das ist glaube ich alles verbrannt. Kann einer von euch mit der Magie des Weihnachtsmanns heilen? Ja, ich. Ich wollte nur ein bisschen jammern. Ich lege jetzt meine Hände auf mich selbst und heile mich mit der Magie des Weihnachtsmanns. Riecht ihr da so den Tannenduft in der Entfernung? Ihr habt erfolgreich den Adventskranz vervollständigt und den kleinen Spuk, der daraus entstanden ist, besiegt, beseitigt. Und jetzt überlegt ihr, was ist eure nächste Aufgabe? Was müsst ihr noch tun, um die Plätzchen fertig zu machen? Hat das fünf Minuten gedauert jetzt? Riecht es vor allem nach verbrannten Plätzchen? Oh nein, 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 nein. Alles gut. Ich glaube, die Plätzchen sind fertig. Es duftet nach. Ja, es riecht danach. Es riecht auf jeden Fall danach. Holly schwebt wie so ein Cartoon, dem Dunst so hinterher. Der Bommel riecht sich. Er guckt so einmal rum. Sehr gut. Also ich möchte die Kekse aus dem Ofen holen. Ja. Kein Problem. Die sind perfekt gebräunt, wenn gerade so am Rand leicht bräunlich und der Rest ist perfekt durchgebacken. Oh, das sieht alles sehr gut aus. Aber ich mag auch, dass der Ofen des Weihnachtsmanns so begleichmäßig backt, dass nicht plötzlich an der einen Seite die Verlucht sind als auf der anderen Seite. Das ist einfach schön, Maggie. Ich nehme mein Canon feuerfestes Kissen und nutze es als Ofen mit. Das gelingt dir. Und hol die Bleche raus. Ihr legt die Kekse, die Bleche auf die Küchentheke nehme ich an, einfach damit sie auskühlen können. Ja. Und als nächstes sind die Streusel und die Dekoration dran. Mary, ich wünschte Mary wäre hier. Ja, die wird das bestimmt voll hübsch machen. So wie sie das Rezept hübsch gemacht hat. Aber sie drückt sich immer vorm Dekorieren. Ich hab's ja schon gesagt. Hat sie letztes Jahr auch. Vielleicht mag sie das einfach nicht. Vielleicht hat sie so viel Angst, es falsch zu machen, weil sie so perfektionistisch ist. Hm. Das ist ja nicht meine. Nee, lass anfangen. Naja, also, ich bin auch ganz schön tattrig. Aber ich kann euch vielleicht helfen, dass ihr es besser könnt. Die müssen wir ja nur drüber. Du kannst ja den Zuckerguss drüber verteilen und wir machen das mit dem, wo man keinen Parkinson hat. Die müssen da doch nur drüber. Nein! Was schüttest du denn da drüber? Streusel. Und wir haben noch keine Streusel? Als ihr in den Schränken schaut, wo die Streusel sonst sind, steht ein großes, leeres Glas mit einem Post-it dran. Die guten Elfen haben schon genug Süßes gehabt. J Punkt C Punkt. Jesus Christus. Jesus hat uns unsere Zuckersträuße geklaut. Es tut mir leid. Nix, was du in diesem Adventure jetzt erzählen kannst. Mach das besser, als wenn Jesus Christus uns die Streusel geklaut hat. Okay. Naja. Bevor wir das entdeckt haben. Entschuldigung. Fantastisch. Was machen wir denn jetzt? Wir können ja nochmal mit Jerry sprechen. Er ist ja jetzt unser Freund quasi. Oh, wir waren oben in den Zimmern. Aber ganz bestimmt nicht in deinem Zimmer. Weder im alten noch im neuen. Also, J C könnte auch für Jerry Christmas stehen. Ja. Achso, das war uns bewusst. Ich hab das jetzt gerade kombiniert. Was hat sich... Kombiniere, kombiniere. Ich war immer noch bei Jesus Christus. Vor allen Dingen würde Jesus Christus auch schreiben, die guten Elfen hatten schon genug Süßes. Ich glaub, die guten Elfen hatten noch nie genug was zu Süßes. Die guten Elfen haben... Jetzt, wo ich so drüber nachdenke... Hast du keinen Schlag anfangen? Happy! Auf dem Post-it steht ja, die guten Elfen hatten genug Süßes. Ja. Er hat was für die bösen Elfen geklaut. Nein, 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 darauf will ich gar nicht hinaus. Happy! Das hab ich auch nicht gesagt. Um dich herum war so ein Leuchten. Ja. 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 Als du den Keksknirch besiegt hast... Das war Mehl. Ich glaub auch, das war Mehl. Das hab ich einfach reflektiert. Fühlst du dich irgendwie anders oder so? Naja, voller Mehl. Vielleicht durchleuchtet mit der Marquie des Weihnachtsmanns. Nein. Wie fühlt sich das denn an? Ähm... So richtig warm innen drin. Und wenn man... So... Wenn du jemanden schlägst... Dann hast du das Gefühl, es funktioniert irgendwie alles besser, was du vorhast. Ich dachte, das liegt an den coolen Lollis. Junge! Hm? Ich fass ihn so auf die Schulter. Junge! Hast du's etwa geschafft? Bist du einer der guten Elfen geworden? Nee, glaub nicht. Das muss der Weihnachtsmann entscheiden. Stimmt. Er hat sie recht. Ein Weihnachtsmann? Ich würde ganz gerne Divine Sense benutzen. Um herauszufinden, ob er ein artiger Elf ist. Oh. Weil unartige Elfen würden mir angezeigt werden. Aber es gibt ja auch Zwischenelfen. Ja, ja. Gibt es Zwischenelfen? Was ist die Lore? Du bist ein Zwischenelfen. Du wohnst doch im Zimmer zwischendurch. Ich sag jetzt einfach mal, mit meinem Divine Sense kann ich auch das spüren. Ob er ein artiges Kind ist. Das muss sie sagen. Kann ich spüren, ob er ein artiges Kind ist? Er ist kein unartiges Kind. Das spürst du. Okay. Also ich fühl mich nicht wirklich anders. Du bist auch immerhin kein unartiger Elf. Aber das war ja auch schon vorher nicht. Also nicht mehr seit letztem Weihnachten. Das heißt aber, es ist auch nicht schlimmer geworden. Und das ist ein gutes Zeichen. Ich glaub. Happy, ich bin richtig stolz auf dich, dass du alles bisher zugeschafft hast. Danke. Er wird komisch. Aber ich bin auch stolz auf dich. Jetzt bist du auch komisch. Mary? Wir sind alle stolz auf dich! Mary? Ich würde tatsächlich trotzdem versuchen Ceremony auf ihn zu casten. Okay. Ähm. Dauert das nicht mit mir? Das dauert. Deswegen, ich weiß nicht. Ich bräuchte wahrscheinlich eine Stunde dafür. Du hast eine Stunde mit deiner. Ich bin ja so stolz auf dich. Aber die Plätze. Ich bin ja so stolz auf dich. Das war halt echt grad komisch einfach. Pat, 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 pat. Zehn Minuten später. Ich war nur kurz so Hype, weil noch nie jemand Ceremony in irgendeiner Kampagne benutzt hat. Ja, genau, genau. Das ist falsch. Du hast Ceremony auf Fabius und mich gecastet. Ich hab das. Du warst ihr. Ah, stimmt. Da wurde ich schon benutzt. Der. Ich habe sie verheiratet. Und das war fantastisch. Ich hab Nina und die. Ich gebe dir trotzdem den Bonus, wenn ich darf. Was ist dein Plan? Ich würde ihm ganz gerne den Bonus von meinem Ceremony geben. Von meiner Ceremonie. Ich würde ganz gerne ein Coming-of-Age-Ritual machen. Ja. Puh. Für die nächsten 24 Stunden hättest du dann für jeden Ability-Check einen D4. Extra. Guidance! Du wirst erwachsen. Praktisch als Vorbereitung darauf, dass das das Weihnachtsfest ist, in dem entschieden wird, ob du ein unartiger Elf bist. Ah, das stimmt. Oder ein artiger Elf. Oh. Tippst du dich so auf die Schulter. Für zehn Minuten. Für zehn Minuten. Für eine Stunde eigentlich. Oh. Und das Tattoo, was du dir bisher mal selber aufgemalt hast, weil du zu den großen Elfen dazugehören wolltest, wird mit dieser Zeremonie verankert und bleibt dann jetzt sitzt. Ist das ein echtes Tattoo? Bestimmt. Wir haben alle Tattoos, die sieht man nur nicht, weil wir lange Ärmel haben. Genau. Na klar, 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 klar. Meins ist ein bisschen alt. Das ist schwarz-weiz. Junge! Ich glaub's noch eine von. Junge, bald entscheidet sich, ob du vielleicht doch zu den artigen Elfen gehören kannst. Und ich hoffe sehr, dass du das tust. Du strengst dich wirklich an. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen, wenn ich kann. Okay. Hier, nehm meine Unterstützung! Au! Was war das? Tut jetzt deine Schulter weh? Mein Gesicht... Hast du mir auf die Schulter weh? Ja, ich hab diese auf die Schulter geschlagen. Guck mal! Jetzt ist es echt! Oh mein Gott, das ist wirklich echt! Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert! Ich hatte schon immerhin mehr, ich wusste es! Fantastisch! Okay. Okay. Geben wir jetzt zu Jerry? Finde ich gut. Du kannst ja auch immer noch mit ihm reden. Ihr wart ja mal fast zu... Die Heilige, weil sie kommt! Der nennt euch so ein bisschen einfach ein bisschen out of space. Ich finde ihn auch komisch, aber vielleicht hilft er ja bei diesem Weihnachtsfest. Ich glaube, es wird mein G4. Das war trotzdem komisch. Okay. Entschuldigung. Glaubst du denn, du bist dieses Jahr ein guter Elf oder bleibst du ein Elf, der dazwischen ist? Weiß ich nicht. Muss ja der Weihnachtsmann entscheiden. Ich hab mal eine andere Frage. Hat man die auch eine Stunde auf die Schulter gekloppt? Ähm, ja. Oh. Letztes Jahr. Oh. Oh. Ich hab auch ein Tattoo. Das ist so eine Zuckerstange, die umrahmt ist von kleinen Eiskristallen. Zeig mal. Na klar, guck mal hier. Alles mal. Ja. Wo ich mein Tattoo hab, das kann ich euch nicht zeigen. Oh. Was ist es denn? Malte du? Ja. Ich weiß es nicht. Ich kann es selbst nicht sehen. Ich hab einen Arschgewein. Ich hab einen Arschgewein. Ein Arschgewein. Ein Arschgewein, das aussieht wie ein Rentiergewein. Oh. Mit so einer Weihnachtsmütze. Sollen wir dann mal gucken? Hast du schon länger nicht weggesitten? Ja. Das ist auch okay. Kannst du uns bitte vorher sagen, ob das Rehbraun gefärbt ist? Oh. Fröhlich Weihnachten. Schlimm. Was machen wir jetzt mit den Zuckersträußeln? Zu Jerry gehen. Ja. Verdammt nochmal, Jerry. Okay. Verdammt nochmal, Jerry. Ihr geht den Gang runter, Richtung Jerrys Zimmer. Yes. Und es ist kein Problem. Ihr wisst, wo das ist. Easy, das Zimmer zu finden. Ich steh davor. Wir waren ja schon mal hier. Klapp, klapp, klapp. Ihr hört leise Musik. Aus dem Zimmer. Dröhnen. Jerry! Soll ich treten? Jerry Mann! Malt die verlampte Tür auf! Ja, ich glaube das ist einfach wahr. Ist die Tür jetzt nicht mehr angebracht? Ja, die Tür geht da unten so ein bisschen kaputt. Du hast ein kleines Loch in die Tür unten. Au. Au. Oh je. Aber sie ist offen. Und Jerry hängt in seiner... Das war einfach Jerry. Ja. Verdammt Jerry. Du musst besser auf deine Tür verarbeiten, als du hier bist. War nicht Spaß, die guten Kinder tun. Ich sag nicht. Jerry liegt in seiner Hängematte und schreckt jetzt voll auf, weil die Tür aufgegangen ist. Was soll das? Mein Jerry, deine Stimme hat sich ganz schön verändert. In dieser Stunde, in der wir weg waren. Was soll das? Wir suchen ein paar Zuckerstreusel. Hm. Ja. Die gibt's nicht mehr. Bitte? Die hab ich alle aufgegessen. Du hast die Streusel alle gegessen? Hast Zuckerstreusel so gegessen? Ja. Wir kriegen sonst keine Süßigkeiten. Immer kriegen die blöden, tollen, netten Elfen alles. Die Artikel-Elfen heißt das. Ja, halt die, die nicht in den Hängematten schlafen. Schlaf doch nicht in den Hängematten. Ich hab ein Bett. Du sowieso. Das ist voll unfair. Das ist Kacke. Junge, ich dachte, wir hatten letztes Mal echt so miteinander einen Moment, wo du realisiert hast, dass es vielleicht gut ist, ein artiger Heft zu sein. Und dann machst du sowas? Also, ehrlich gesagt, sind die Streusel schon länger aufgegessen. Verdammt. Dann kannst du uns sagen, wo wir neue finden. Hm. Nein. Also, wenn im Schrank keine mehr sind. Jetzt stell die mal an! Also, ich meine, vielleicht könnt ihr in der Schokoladenfabrik welche machen. Oh. Das ist schwierig. Oh ja. Da haben wir vielleicht ein paar Brücken abgebrannt. Oh. Jetzt fällt mir wieder ein, dass ich die Hupa Hupas verletzt habe. Du hast was? Oh. Du hast was? Deshalb hab ich gefragt, weil vielleicht komm ich zu dir zu den vielleicht artigen, vielleicht unartigen Kindern. Du hast was? Ich hab' angeguckt. Das mit dem artig unartig ist sowieso doof. Das ist voll unfair. Da hat er nicht unrecht. Stimmt. Ja. Der Weihnachtsmann hat auch einfach meinen Bruder Barry auf die Böseliste geschrieben und ich hab' gesagt, dass ich das doof finde und hab' ihn Doofmann genannt. Und jetzt bin ich auch auf der bösen Liste. Hm. Du hast den Weihnachtsmann Doofmann genannt? Hm. Das ist nicht witzig! Das gibt's nicht umsonst! Die Magie des Doofmanns. Hey! Bitte auf der bösen Liste! Nein! Also! Aber ich hab' das Gefühl, Danny hat irgendwie voll viel Spaß so. Der klaut Zuckerstreu. Wir haben grad seine Tür eingetreten! Ja, das waren ja wir. Ich will eigentlich auch einfach nur mal Kekse haben für die bösen Elfen. Das ist voll unfair, dass wir keine bekommen. Dann kommt das mit in die Schokofabrik, dann kannst du die Verhandlungen führen, weil du hast ihnen nicht wehgetan. Und dann kannst du damit mit dir auch was für die bösen Elfen nehmen. Hm. Meint ihr, das funktioniert? Keine Ahnung. Wir sind hier ein bisschen in Uncharted Territory unterwegs. Also! Du könntest ja das Unrecht wieder richtig stellen, indem du neue Schokostreusel organisierst. So als wär' hättest du sie nie gegessen! Das ist gut. Aber nur, wenn ich dafür Kekse kriege, für die ganzen bösen Elfen auch. Klar! Ich hab' nie Kekse bekommen die letzten Jahre. Mhm. Das ist aber dann sehr große Elitenförderung. Klar, ich stell' dir welche zurück! Okay. Dann helf' ich euch. Aber wirklich nur, wenn alle bösen Elfen mindestens einen Keks bekommen. Wie viele seid ihr denn? Das müssen wir abzählen mindestens. So viele! Ihr könnt recht haben. Zehn kommt schon hin. Du kannst zählen! Okay! Glaub dir, ich kann nicht zählen. Okay. Ja, ich kann nicht zählen! Ah! Oh, sie klärt einiges. Was? Ist das so seltsam? Naja, du kannst sehr viel Stuss verzählen. Deswegen dachte ich, ich kann's doch normal zählen. Bitte! Tut mir leid. Also gehen wir jetzt zur Schokoladenfabrik? Ja oder nein? Ähm. Ja. Dann müssen wir uns halt mit diesen verdammten Uppaloupas wieder streiten. Okay. Von mir aus. Kommst du mit? Okay. Und wenn ich Kekse kriege? Wir haben ja schon gesagt, wir geben dir welche. Okay. Ja. Dann, dann fass du kriegst mein Glück. Mhm. Okay. Auf zur Schokoladenfabrik! Okay. Ihr macht euch auf den Weg in den dunklen Keller wieder. Holli, jetzt ist der Keksklicher weg! Alles gut! Hab ich erwähnt, dass da unten auch Spinnen sind? Nicht mehr! Nicht mehr! Die habt ihr auch kaputt gemacht! Du warst... Du warst nicht... Ja. Ja, das war klasse! Also hättest Mary sehen sollen! Die hat sie mit ihren Schneekugeln einfach eiskalt irgendwo fertig gemacht! Ich hab deswegen neue Lollis. Die alten waren verklebt mit Spinnen. Ja, war echt ein bisschen eklig. Lecker. Naja. Unartige Kinder da unten! Aber ich mach euch mal Licht! Und ich erschaffe wieder meine fliegenden Spielzeuge um mich herum. Und der Spielzeug-Brio-Eisenbahn schlägt wieder runter. Sehr gut! Und macht Licht! Not sponsored! Das ist jetzt sponsored! Ja! Ja, ihr macht euch auf den Weg in den Keller. Und ihr seht wieder das, was schon zuvor beschrieben wurde. Die schöne, sogar verzehrte Tür. Und der Schlüssel vom Weihnachtsmann steckt ja noch, der Filigrane? Mhm. Klingt. Kein Problem. Die Tür geht auf. Was ist mit den anderen Sechschluss? Das war ja die Tür zum Keller. Okay! Und ich versuche sie aufzuziehen. Auch kein Problem. Die Tür öffnet sich und vor euch ist wieder das große Schlaraffenland-artige Gebilde von Landschaft. Ich krieg grad ganz schlechte Déjà-Vus. Sehen wir irgendwo Zucker-Streusel-Bäume oder sowas in die Richtung. Wie wären Zucker-Streusel-Bäume? Ihr seht auf jeden Fall direkt die Oompa-Loompas, die sich auf euch zu bewegen. Oh, oh. Ich werde der Blüchen da hinterher biegen. Ein paar von denen sind so... Und gucken zeigen auf dich und haben so einen Lolli in der Hand. Ich glaub, sie sind nicht glücklich, dass du ihnen die Lollis geklaut hast. Warum solltest du dich da hinter mir festen? Das ist alles schwierig. Ich bin halt easy größer als zu sagen. Oh ja doch, da bin ich. Hey, ihr! Ihr! Komm mal her! Ein paar stehen so mit den Händen in den Hüften vor dir. Gucken grimmig. In die Hüften. In die Hüften. In die Hüften. So reingestimmt halt so. Ich mach das einfach auch. Oh fuck. Ich brauch mein Gehstock. Ich komm so ein bisschen auf die zu, weil die ja nicht zu uns kommen. Hey! Verdammt, wie bangen wir das am besten an? Wir brauchen Zucker-Streusel. Wo habt ihr welche? Sprecht ihr Oompa-Loompa? Oh nein, vielleicht. Vielleicht. Was ist Oompa-Loompa-Sprache? Die singen eigentlich nur die ganze Zeit Oompa-Loompa. Du hast das angefangen. Was sprechen die denn? Ich hab sie halt nur auf 2-3-3 geholfen. For reason. Ja, ich meine. Anscheinend können wir nicht mit ihnen sprechen. Ich spreche Oompa-Loompa-Sprache. Vielleicht sprechen die Oompa-Loompas normal. Und wir sprechen die ganze Zeit in so einer ganz doofen Elfischsprache. Ja. Plot-Twist. Vielleicht muss man einfach einen nehmen und schütteln. Und dann kommen deine Streusel raus. Das kann sein. Ja, probier das mal aus, Eppi! Okay, ich nehm mal Oompa-Loompa. Oompa-Loompa schüttelt. Oompa-Loompa schüttelt. Ja, dann mach mal nen Akrobatik-Check, bitte. Ich helf dir halt auch wirklich. Oh nein, Elf. Hast du deinen D4 dazu gemacht? Ach, die kann die M. 13. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. 13. Ja, okay. Oh, die haben halt echt keinen Bock auf euch, ne? Du versuchst einen zu packen und die weichen die ganze Zeit aus. Du kriegst einen so am Kragen gegriffen, aber der... Deine Hand einfach wieder weg. Schokosträusel? Ähm... Schokosträusel. Bist du so einer, der einfach langsamer oder lauter redet mit Leuten, die sie nicht verstehen? Was? Ich glaub, lauter hilft auch. Schokosträusel! Wir hoffen, euch hat dieses Türchen gefallen. Morgen geht es genau hier weiter mit den Abenteuer von Happy, Jolly, Merry und Holy Christmas. Wir haben auch ein Geschenk für euch. Im Rahmen dieses Adventskalenders haben wir ein Gewinnspiel mit der Unterstützung von Fantasywelt.de. Da findet ihr alles, was euer Rollenspielherz begehrt. Wir verlosen nämlich am 6., am 12., am 18. und am 24. Dezember jeweils einen Gutschein im Wert von 15 Euro. Kommentiert dazu einfach dieses Video. Wenn ihr also alle Videos von unserem Adventskalender kommentiert, dann landet euer Los sechsmal pro Verlosung in unserem Topf. Und die Gewinner geben wir dann bekannt auf unserem Instagram-Kanal und auf unserem Discord-Channel. Die Links zu beiden findet ihr hier in der Videobeschreibung. Und wenn ihr uns da abonniert oder mit uns zusammen da kommuniziert, kriegt ihr auch mit, wann alle anderen News passieren und wann wir sonst so live sind jetzt im Dezember. Ansonsten bis dahin und bis morgen! Bis dann! Bye! 3 7 5 6 6 7 8 5 Untertitelung des ZDF, 2020